So, wieder bei StarBand, hallo! Da unten ist ein Trade-Dawson-Flammen-Fich, weil der hat so ein komisches Auge, keine Ahnung. Hallo! Ich weiß nicht mal, ob die so gefährlich sind, die Viecher am Wasser. Ich geh aber da lieber nicht rein. Ja, so, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben diese Höre hier gefunden, beziehungsweise Renée. Ich hab ne andere gefunden, die ähnlich aussah. Bin aber dann zu ihnen gegangen, damit wir das zusammen hier erkunden können. Ich kann echt lange feuern mit dem Ding. Schon cool. Aber es ist halt nicht so stark wie eine Strohflinte. Weil die gibt's hier auch. Ok, ist da kurz gehangen. Verleckt. So was aber auch. Das Messer ist cool. Jetzt sah alles auf. So ist mit dem Hammer fertig. Klar. OP Hammer. Kannst du auf die Vasen zerhauen, ne? Da kommt dann Geld raus. Im besten Fall. Ja, das hab ich auch schon rausgefunden. Leider ist das keine... Schön, dass du hier zwei fucking platzierst. Gell. Reicht das? Fällt besser, ne? Klar. Was zum Fick ist das? Ich weiß es selber nicht. Irgendwie. Das ist fast staunend von dem Hammer. Ja, staunend, ja. Oh, wir sind runtergefallen. Jetzt können wir auch wieder hoch gehen. Glaub ich sonst... Und da unten noch irgendwas... Der Wasser wieder... ...und welche Vieh, das untergefallen ist. Und jetzt noch Kohle in der Wand. Ja, dann müssten wir jetzt genug von dem Zeug haben, ne? Ja. Wir können ja noch in die andere Höhle gehen, die ich gefunden habe. Da müssten bestimmt auch noch irgendwelche Waffen liegen. Auf der linken Seite, wo wir das Vieh bekämpft haben. Links davon, da waren wir ja auch noch nicht überall. Wir haben ja jetzt alles abgedeckt. Irgendwisch mal. Da rechts geht aber auch nur ein Stück. Da ist auch nur ne Kiste da. So, die Vasen kann das. Ja, da ist nochmal zwei Erz drin. Okay, das sind ein paar zu viele. Ich glaube beide Waffen gleichzeitig spielen. Das ist der NPC hier. Ne Ahnung. Was es dran hat. Dann. Es ist sonst. Da ist ein Vieh. Da hab ich ne ganz gute Kombi gefunden. Mit dem Messer. Äh, die Viecher hier. Dass es siehst. Ja, die Grabsteine. Ja, diese Steine. In, äh, in diesen Stein-Mode, wenn du sie angreifst. Nach dem Motto, hey, du kannst mich nicht mehr angreifen. Was soll ich denn auch ein bisschen, wenn ich damit schlage? Na, guck mal, was ich hier gefunden hab. Loot? Ohhhh, na, nicht direkt. Die Sachen hier, da ist Loot. Ja, da hab ich schon reingeschaut. Geld. Nichts. Mehr Geld. Jetzt solltest du immer mitnehmen. Kommt, gibt's später Händler. Nimm mal das Kupfer mit. Mach ich. Da drin ist auch Kupfer hier. Brennen gibt's halt für mehrere Sachen. Kupfer, Silber, Gold. Ach, shit. Und praktisch die Gegner vergiften zu können. Wo bist du drin? Wir sind einfach nach links gelaufen. Noch so eine Säule. Ei, 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 ei. Bin grad so blöd da hoch zu springen. Die Sachen hier sollen wir auch später versuchen. Nicht warum. Da geht's tief runter. Laufi. Au. Da geht's noch viel tiefer runter. Du lebst aber noch, oder? Nein. Das ist schlecht. Bleib mal da stehen. Dann kann ich mich zu dir porten. Da unten liegt ja noch das ganze Zeug rum von mir. Ich war uns mal ein bisschen runter. Ich weiß nicht wie tief das ist. Ich sag das nur sehr tief. Und da ist ein Viech. Ich hab mal ein bisschen von deinem Zeug aufgehoben. Ja, ich hab schon gemerkt. So, was hab ich denn aufgehoben? Essen brauch ich nicht. So, was hast du denn verloren? Ich hab keine Ahnung. Ja, du hast die Kisten verloren, oder? Und den Gapstein hast du nicht. Gapstein ist von mir, manchmal weg. Das Multifunktion soll ich schon mal böse lahm. Ja, am Anfang. Ähm, aua. Blöder Stein. Die töten hier noch die Steine. Was ist da noch? Was bist du denn? Eine Wolke. Okay. Ich bin noch so tiefes Zeug mal. Okay. Das wird wohl geht langsam gefährlich hier unten. Du machst das ja. Du machst das ja. Warum benutzt du die nicht? Ich hab Platz. So, das erste Mal. Oh nein. Jetzt sieht man das mal kurz vor mir. So ist die Animation. Das war jedem Volk anders. Sonst hab ich bisher nicht gesehen, was sonst anders ist. 10% der Pixel hab ich verloren. Jetzt bin ich mit meinem Vieh wieder. Jetzt kann ich auch hier ein bisschen Zeug entstellen. Mit den Pisten. Mit dem Pisten. Mit dem Pums einlagern kann. Drei große Passen halt übereinander. Kleineren. Ah, die kann ich nicht mehr hinstellen. Das könnte ich jetzt auch hier irgendwo hinstellen. Aber das bringt nicht sehr viel. Wird mal, wenn man das dabei hat. Interessant. Holzkiste. Man kann eigentlich mit allem interagieren, hab ich ja gesagt. Weil... ...zu weiß am Rand ist. Dann könntest du ihn da drauf dazu. Ah! Was krieg ich da? Den müsste ich mal benutzen, den Badplan. Das ist der Zeug auch zu craften. Oder hier die Rope rein. Wo schwere behalte ich mal. Die Karte kann weg. Die Karte kann weg. Dieser komische Flyer. Pferd. Find ich noch nicht. Das ist schon alles, was ich wegpacken musste. Jetzt mal den Ofen benutzen. Dann sieht man auch, dass mal jemand... Ne, das geht. Tag 15. Schmelzen. Fertig. Also es geht recht schon sehr schnell mit dem... Mit dem... Mit dem Highspeed-Ofen. Nur wenn man Barren halt schmilzt. Wie gesagt, die Barren würde ich jetzt noch nicht verkraften oder so. Einfach noch behalten. Kann man alles noch brauchen, ja. Kann man alles noch brauchen, ja. Muss eigentlich... Okay. Behalte ich. Gehen wir wieder runter, nach René. Nach René? Nach René, zu dir. Ich weiß nicht, was du gerade... Der hat mein Zelt geklaut, ich glaub's ja nicht. Das ist deins, warte. Dankeschön. Stirb. Blöden Steine. Die eintönen. Ah, da drüben. Da war was. Das müsste Silber sein, oder? Ja. Ist das auch. Stein. Die töten hier noch die Steine. Na, die hätten mich vorhin auch noch verschlummt gebracht. Sand? Wirklich? Ja, ich hab Sand. Der hält da, aber komisch. Ups. Warum fällt das nicht runter? Das ist fucking Sand. Der wär doch so böse. Ah, okay. Eigentlich sieht das gerade aus, dass mein Charakter sehr glücklich ist. Mit dem... Ja, dem da oben. Pfff. Mach doch mal die Steine weg jetzt schon. Na. Nee, ich will dir zugucken, wie du dich selber schlägst. Der bringt mich noch um, der Typ. Bring doch mal rüber, du Steinfieh. Danke. Danke. Was war das? Aber hier unten ist auch nichts mehr, oder? Ah, doch. Hier ist ein bisschen Riesenherz. Da sind meine Fackeln schon wieder. Also. Ein bisschen ist gut. Was machst du da? Ich geh aus diesem dummen Loch rauskommen. Okay, ich geh nochmal an die Oberfläche des Planeten. Bei dir in der Medien ist es langweilig. Ja. Komm ich jetzt mal zum Teleporter... Zum... Links vom Teleporter. Ich muss erstmal wieder irgendwie an die Oberfläche kommen, sehe ich gerade. Ich darf mich nicht rauspopen. Ich hoffte das. Komikerweise. So, die Bäume sind gewachsen. Sehr schön. Sind ja ziemlich weit... ziemlich lange nach links gelaufen. Ich hoffe mal nach rechts. Vielleicht ist das ja näher. Wie gesagt, das ist halt... Planet und man läuft dann irgendwann drüber. Au. Die dürfen uns eigentlich keine Probleme machen, wenn wir machen die Dinger. Es ist aus, dass wenn er jetzt besser ist. Die Rüstung leider noch nicht. Noch keinerlei Schutzeffekt. Ja, tschau, Vieh. Das bringst du erstmal runter. Du hast nicht böse. Obwohl du so aussiehst. Du hast vorhin dann kommt. Bienen attackiert. Wie gesagt, wir werden hier fast alles töten. Wo denn? Genau, irgendeine Pflanze. Und wie vermisse ich hier eine Karte? Ja, die fehlt. Aber das ist glaube ich ein Item, das so ein Trader bekommt oder craften kann. Na ja, GPS, was einem anzeigt, wie es so für Planeten immer aussieht. Aber dafür hast du auch das Beamen. Wenn du dich nach oben beamst. Ich darf mich nicht nach oben beamen. Denn... Irgendwas. Also da, bei dem rechts ist der Pfeil hoch. Ein X. Ja, das ist das Spiel. Lass uns nicht anklicken, doch. Das Spiel hast nicht. Du hast irgendwas im Inventar, weshalb du sagst, so ein Nope. So. Dann müssen wir sonst lange mit dem... Mit dem... Ach, fuck. So ein bisschen hier. Ach, wie komme ich jetzt am besten hier raus? Kann ich in dem ich dich irgendwie hoch bau. Ups. Das ist eine Kiste, da hat es sich schon mal gelohnt, hier auch zu bauen. Ach, shit. Da, fuck jetzt. Na, Pfeiler. Was denn? Ah, ne. So viel Viehzeugs. Lass mich doch mal in Ruhe... Ich weiß nicht nur, warum hier oben ein Baum wächst. Auf dem Stein. Macht irgendwie keinen Sinn. Das sieht seltsam aus. Ah, hier bin ich. Okay. Das ist vergift. Ah, tolles. Nein, ich bin vergiftet. Teile Discord. Ich sehe jetzt nicht, wie ich krass ich vergiftet bin, weil Discord nervt. Gefeind zuerst, glaub ich. Oder F2. Ich guck's kurz an. Oh, schön, ich hab's gesehen. Danke, Tobi. Link. Äh... Das... Verdammt, ich hab grad das Discord-Overlay hier offen. Ich will's nicht offen haben. Geh weg, Discord. Ich weiß nicht. Also, bei mir aktiviert Discord, wenn ich aufnehme immer direkt in Stream-Mode, da krieg ich keine Nachrichten. Weil nicht ganz praktisch. Den hängt dann auch an, aber okay. Wie sagt er sich so noch? Wird auch die Höhle sein? Ne, das ist die, in die ich schreien wollte. Dass ich die gefunden hab. Ich sag mir nicht noch so mal über Vieh. Ich mein zumindest, dass es die war. Ja, es ist die... Was the fuck? ... ist doch mal über Small V4 am Leben. Was ist das? Was ist das? Was sind das? Was ist das? Oh ne, das ist das. Was ist das? Das wird jetzt gleich sterben Ach shit Ich habe meine grandiosen Ideen Was hast du gemacht? Sand abgebaut Okay, sehr gut Das ist immer eine gute Idee, Sand abzubauen So wie in Minecraft, genauso gut Das ist eine gute Idee Und wenn da über einen ist Ich sehe schon, ich sterbe hier schon noch Ich glaube da links ist die andere Ich glaube in der René war Nein Aus Das ist Vielleicht jetzt nicht genau Wofür das Schloss da oben ist Inventar Inventar Ja, bei der Inventarleiste ist ein Schloss Dank der Camps Wahrscheinlich sind das Irgendwelche Slots, die du noch falsch halten musst Das ist ein Schloss rechts Nichts Ah Slp Nein, Sand tötet mich Ja 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 Komm, 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 komm Wie lief die hier? Na peterlach, du weißt wo ich bin. Ich muss weg. Hoch, geh zu. Ist das durch Wände? Ja, es geht durch Wände, cool. Wo bist du jetzt eigentlich? In der anderen Höhle, in der anderen Höhle wieder drin. Die ich gefunden hatte. Ich hab grad eben das Mogofi plattgemacht. Geh mal wieder weiter rein. Nein, ich will diesmal nicht sterben. Lass mich in Ruhe. Okay, wir wollen ein zweites. Wieso sitzt du hier so wie Viezois? In der Höhle, warum ist so viel los? Na ahnung. Mein Raumschiff ist zu klein. Eh schon. Kann das zu klein sein? Ich hab zu viel Zeug drinstehen. Das kann man später, glaub ich, auch noch vergrößern. Da schlägt da keine Garantie drauf. Okay, jetzt nichts mehr sonst. Und jetzt schlägt da nichts mehr. Wie ist das denn? Bienenlaben? Ach. Wie ist das denn? Bienenlaben? In Blau? Okay, weg hier. Er ist, wenn ich verloren habe. Ich würde ein Viecher aber nicht weitermachen, das ist böse. Einfach mich abzuschießen. Tja. Zur Hausches Welle. Boah. Ich sterben. Widersuchen. Ich denke, es ist ein Böse. Ich denke, es ist ein Böse. Ich denke, es ist ein Böse. Die Mänen sind immer eigentlich nicht aufgebaut, beziehungsweise. Irgendwann sich so, hier war ich doch schon mal. Was ist das denn wieder für'n Schwert, was ich gefunden hab? Okay. Ich hab Leder bekommen, yay. Hast'n einen hin da. Cool. Ein paar länger zum zuflagen. Kann René vielleicht brauchen, das Ding? Meinsch? Ja. Ich merke grad, wie es anfängt langsam zu ruckeln in das Spiel. Kann aber daran liegen, dass für'ne Festplatte eventuell gleich voll ist. Ja, ist meistens so. So am Anfang zu ruckeln. Festplatte gleich voll. Jo. So. Tot! Tot! Ja, wird's doch nicht FPS. Geht's ja noch. Wollte ich eigentlich weniger haben. Nichts mehr. Geht's ja noch mal. Geht's mal. Geht's mal nach rechts. Und... Geht's mal nach rechts. Keine WhatsApp-Nachrichten-Nerven, weißt du was? Sorry. Mach's doch flaut los. Böse. War das eine einzige. Geht's mal nach rechts weg. Geht's nicht. Geht's ja. Geht's ja. Ja, natürlich. Immer dann, wenn man es nicht brauchen kann. Ne Pew Pew Waffe. Was haben wir denn da? Eine Pistole. Eine Maschinenpistole. Und da hin, dann kann ich... Die sind... Braucht man eigentlich extra Kugeln? Nö, wie gesagt, wir brauchen Energie. Ah, ok. Da hab ich nicht aufgepasst, höhöh. Ne, kleine Minigun anscheinend. Kannst du gleich haben, wenn... Yay. Kannst auch viel mitschießen. Ich nehm' hier auch noch das andere Messer, was ich gefunden hab. Also, Messer und Pistole ist eigentlich ganz praktisch. Was ist eigentlich gerade unser Ziel? Äh, eigentlich diese Fragmente vorhin. Da haben wir jetzt genug gefunden eigentlich. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch zum, äh, diesem Teleporter gehen. Der oben auf dem Planeten rumsteht. By the way, du solltest dich mal heilen. Du siehst nicht mehr gerade... Sir. Hüge. Ah ja, ok, jetzt. Ja, da war ich ja schon. Also, alles hier abgegrast. Demi ab, Scotty. Weißt du noch nicht, warum du dich nicht hochbeamen kannst? Wahrscheinlich, weil ich nen anderen Überlebensmodus hab. Wird zumindest so mal... ... mein Gedanke. Kann sein. Irgendwann, die füllen wir hier rein. Also, Essen kann dir alles von dir an den Kopf werfen. Naja, da bin ich dir dankbar dafür. Das ist Kohle. Platz runter. Aber kochen musst du selber. Du bist an der Oberfläche, oder was? Ja. Wo wüsst du denn? Ein Stück weiter nach vorne gelaufen. Nach links oder rechts? Links. Warum, wo war der Teleporter? Warte. Oh, Frosch. Weg. Hier ist der andere Höhleneingang, sehe ich schon. Oh, Fleisch. Ich bin weiter nach links gelaufen. Wie weit bist du gelaufen? Ich hab' dir gerade das runtergeportet. Ah, Froschmann. Hier, Froschmann, warte. Ist dann auch von mir. Ich setz' einmal... Pew Pew. Und ein kleines Messer. Hey. Nare. Ganz auch umballern. Mein Messer wird schneller, aber dein ist es dafür stärker. Noch mehr Schaden als meinst. Meins macht nur drei. So, Petzel. Kannst du auch beides gleichzeitig benutzen. Durch die Viecher abstechen und drauf schießen. Froschmann. Ist kein Händler. Töten. Nein, mach's nicht. Mach's nicht. Hör auf. Wir sind schon sauer. Was war das denn? Keine Ahnung. Da war auch irgendwas böses. Da ist wie ein Haufen Holz. Aber heftig, wie groß der Planet anscheinend ist. Ja, übel. Jetzt erkenn ich ja noch gar nicht die Ecke. Nicht zumachen. Auflassen. Das ist Essen. Lass die Kiste, bitte. Ja. Loot. Gib mir den Loot, ihr Bienen. Gott. Eins, alles meines. Was ist dann da drin? Warte, ich kann es zu kurz gucken. Ein Manipulator-Modul. Ein bisschen Heal. Wurfspeere. Und sonst eigentlich nicht viel. Komm mal drunter die Lootbox auf. Komm mal, René. Okay. Ich glaube, du hast ihn noch gar nicht gesehen, oder? Eine Lootbox? Ja, da. Doch, habe ich schon gesehen. Ich habe den Fehler gemacht, das erste abzubauen. Die sollte man eigentlich öffnen. Und dann können wir explodieren, oder Geld fliegt raus, wie gerade. Und die können auch explodieren. Ja, das habe ich vorhin auch gemerkt, als ich dann rausgefunden habe, wie die Dinger aufgehen. Ich habe eine gesehen. Ich habe eine gehabt, die hat mich in Brand gesteckt. Beziehungsweise alles, was um sie herum war. Und noch eine, die hat mich vergiftet. Da kann wirklich schwörende Stuff passieren. Würde sich noch Spaß an. Ist es auch. Gut, ich denke jetzt aber... Äh, wenn ich es schaffe, hier hochzuklettern. Umsinns. Habe ich erstmal genug aufgenommen, für heute. Alles klar. Ich könnte gerne noch einen privaten Spiecher machen, wenn du willst. Ja, relativ. Kümmer. Gut. Wenn du dir das Fehler getötet hast, und ich falsch angenommen habe, wenn nicht hier die Aufnahme. Bis dann wirst du nichts mehr Leute. Tschüss. Haut rein.